Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival Games. Wir spielen heute auf Kastja.net, glaube ich. Ich hatte das Gefühl, der hat auch zu viel. Ja, los rein. Ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe. Ich habe Piepen auf dem Ohr gerade, ich weiß nicht warum. Tinnitus, ja wir spielen heute die Map Rebellions District von, oh jetzt muss ich schnell nachgucken, Sander2408. Hier war alles, oh, Handy vibriert, war alles ein bisschen spontan jetzt wieder. Ja, weil ich eigentlich hatte ich heute keine Zeit, habe dann aber doch geguckt, dass ich eventuell doch Zeit bekomme und so weiter. Und den habe ich! Ich weiß gar nicht, ob du dich schon wieder hin bist. Zum Spawn zurück. Den habe ich auch! Gut, mach die mal tot, ich untersuche hier die Map zu lang. Ich habe eine Rakete oder so gefunden. Was ist das? Hä, wie ist denn der da hochgekommen? Au, ich habe drei Level, da verzauber ich mal mein Schwert. So, ich hoffe mal, ich komme hier wieder runter. Au, ich habe hier wieder runtergekommen. Aua, äh, äh, hoch, meinte ich. Warning, Collapse Area, do not enter. Da geht es noch tiefer. Kickt. Block glitching. Für Bärst glitching wirst du gekickt. Alter, die sind ganz schön hart hier. Aber eigentlich auch richtig so. Ja, die ersten Tage habe ich gedacht, die kicken gar kein Jahr, wo wir hier gespielt haben. Ja, weil die da ganz schön, äh, weil hier ganz schön viele Hacker waren. Ja, hat man fast jeder Map einen gesehen. Oh, hier läuft einer über mir. Robert, hier ist ein richtig groß ausgebautes Tunnelsystem. Mit einer Stadt nochmal größer als das, was du oben siehst. Richtig. Bloß ein bisschen Angst, weil ich ja nicht weiß, wie gut der da ergriffen ist, der jetzt hier auf derselben Höhe ist wie ich. Hm, 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 boah, lewe ich Treppen runterlaufen? Aber wahrscheinlich ist es Blödsinn, da Axt zu haben, weil entweder man schafft das oder man schafft das nicht, mein Freund. Oh, Panzer. Ist das hier dieses Tunnelsystem? Da stehen Outers. Hä, ich weiß nicht, wie ich zu dem hinkomme. Jetzt ist der doch wieder eins höher als ich. Werde ihn niemals kriegen. Und du, Scher? Ich hab lauter Helme. Five Players left, aber ich hab keine Waffe. Der Match kommt gleich. Ich hab noch eine Waffe für dich. Ja. Besten, wir treffen uns. Ich bin unterirdisch, ich weiß gar nicht, wie ich runterkomme. Oh gut, ich bin auch unterirdisch. Oh, das ist schon mal gut, noch ein besserer Harnisch für mich. Ich weiß es wirklich nicht. Au, da war eine Leitung. Oh, in der Endokiste. Okay, versuch mal die Leiter. Bist du so langen Tunnel nach ganz unten gelaufen? Oh, 30 Sekunden. Ich glaube, das schaffen wir frühestens. Du hast nicht zufällig noch einen Diamanten, oder? Nö, nö, nö. Du machst dir jetzt alle tot und ich renne einfach. Okay, also wie immer. Nö. Lüge doch nicht, sonst mein ich das. Nein, ich lüge nicht, ja. Ey, ich hab drei Ländle. Was ist das hier? Schon wieder. Ich habe Angeln, ich kann alle wegangeln. Ich habe auch eine Angeln. Sind wir alle im Deathmatch? Zwei Gegner. Okay, dann sehe ich hier viel zu viel. Hallo, Robert, ich dropp. Ich dropp. Ja, komm schon. Hey, guck mal, wie zeitig der loslaufen durfte. Und, und. Ja. Das war, ich habe richtig viele Kills gemacht, würde ich sagen. Äh, gibt's noch einen? Anscheinend. Ich habe keinen gesehen. Da oben, da oben. Ach so, noch einen. Ich habe verstanden, nur einen. Der spielt sein eigenes Spiel. Verzauber ich mal, Rui, ein bisschen Stuff. Verzauber mal. Was soll ich sonst mit dem ganzen Level machen? Cool, dreimal Schutz. Geht's denn hier? Was? Ja, der ist da, der ist da. Nein. Ich verprügel dich. Ich verprügel mich, ich hab ihn. Ja. Ich verprügel mich. Genau, ich habe ruhig schon dreimal zugeschlagen. Komm, 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 komm. Ja. Erfolgreichste Runde ever. Ja, der. Ja, jetzt kannst du wieder so, oh, jetzt machst du bitte wohl so ein geiles Thumbnail, ja? Hä? Wo ich der dicke, fette Affe bin und. Das muss aber kreativ sein, das wäre ja dasselbe. Ja, du musstest ein bisschen, äh, umpinöpel, ne? Umpinöpel, ooooh. Aber toll. Ja, jetzt habe ich, nee, habe ich nicht. Da, 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 da. Ich hab null Kills, ich hab null Kills, null Kills, null Kills, das sind keine. Noch viel weniger als einer. 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 Hör auf jetzt mit verzaubern. Okay, sehr gut, hör auf mich zu schlagen, ich bin fast tot. Gar nicht. Ja, ja. Willst du mir anfangen, ja? Willst du mir anfangen? Ja. Du wienst ja so. Wieso? Was ist das? Hoffe ich, hoffe ich. Musst du dein Zeug noch verbrennen, oder was? Ja, ganz wichtig. So, bitte? Ja, schieß noch. Bitte? Ey. Boah, okay. Ja, schöne Runde. Nö. Doch, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geh weg, geh weg. So, um nochmal zu sagen, wie diese Map heißt. Rebellions District und wir waren auf dem Playpunkt Castias Server. Yeah, schöne Map. Hat Spaß gemacht. Unterirdisch war echt viel zu sehen. Ich hoffe, du hast da auch einiges von zeigen können. Geht so. Ja, die war auch schnell vorbei. Das war jetzt spontan und auch wieder gleich der erste Versuch. Ja, nur man muss hier leider zufrieden sein mit dem, was man hat, meistens bei den Runden. Ja, weil hier nicht so viele Leute drauf spielen. Ja. Weil dafür, dass es hier echt so viele geile verschiedene Maps gibt und teilweise auch fortgeführte Maps, zum Beispiel Zone 85 Revamped, dafür spielen hier recht wenig Leute. Ey, da bist du doch. Hallo Robert. Hä? Hier, guck mal, ich bin gerade vom Baum gesprungen hinter dir. Hallo. Ja, du musst in die Kamera gucken. Okay, ist die da unten? Ja, da unten. Siehst du die? Ja, hallo Kamera. So, wir verabschiedeln uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, uuuh.